Gut, hier sieht mich niemand. Ah, hallo kleines Vögelchen, fliegt! Ah, Hilfe, Hilfe, lass mich in Ruhe, nein! Hä? Das klang doch nach Peach. Welcher Volldepp nennt sein Kind nach ner Frucht? Egal, jetzt gehen wir nachsehen. Nimm deine Drecksfinger von hier! Ja! Ah, verdammt, das ist ja mal ekelhaft. Sieht nicht so aus, als ob sie hier wär. Ey, hast du gerade deinen Schuh an meinem Arsch abgewischt oder was? Nein. Oh, ich glaube, hier ist was Schlimmes zugestoßen. Wir sollten schnell mal zum Schloss rüberchecken. Ist die Prinzessin hier? Ich dachte, sie wär bei euch. Oh ja, natürlich ist sie bei uns, deswegen suchen wir ja nach ihr. Nun, ich glaube sogar, dass Bowser sich schon wieder mal entführt hat, weil... Habt vergessen, die Waffe zu sichern. Schluss jetzt mit dem Gerede. Geht die Prinzessin retten. Yoshi und Tod gehen mit. Aber ich bin doch unbewaffnet. Ich kann nicht mitgehen. Nun, ich weiß nicht genau, warum sie Waffen haben. Aber sie sind genauso unbewaffnet in diese Burg gegangen. Jetzt geh mit ihnen. Keine Widerrede. Endlich mal geilen Stofferwisch, der mich mal richtig breit macht. Scheiße, die klemmt da schon wieder. Yoshi, die Prinzessin wird vermisst. Weißt du, wo sie steckt? Äh, könnte sein, dass Bowser sie vielleicht hat. Ich wusste doch, dass ich recht habe. Okay, Yoshi? Besser, wir gehen sie jetzt retten. Wartet, ich bekomme ein Baby. Du hast uns nie gesagt, dass du ein Weibchen bist. Mama! Ach, ist das süß. Es ist ein kleines Mädchen. Sorry, ich hatte ein Fressflash. Geh mal weiter. Hopp, 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 hopp. Warum ist die Scheißburg so gebaut, dass gerade so was passieren kann? Keine Bewegung, ihr seid verhaftet! Harter Nebenarschgesicht! Friss Blei! Verreckt, du Kröte! Oh mein Gott, ihr habt Yoshi getötet! Ihr Schweine! Er, er ist tot! Na und, wem kümmert's, der war sowieso nutzlos. Retten wir jetzt lieber die Prinzessin. Wo zum Teufel steckt jetzt Bowser? Mwahahahahahaha! Ach du Scheiße, ihr seid ja bewaffnet! Sag uns wo die Prinzessin ist und wir lassen dich lieben! Sie ist in diesem Rohr da drüben! Danke dir und jetzt verpiss dich! Geil, jetzt haben wir Bowser endgültig gekillt! Eigentlich hätten wir das schon die ganze Zeit machen können. Das wär schon mal erledigt, gehen wir jetzt nach Hause. Hä? Was zum... Oh, habe fast vergessen, warum wir eigentlich hier sind. Ich bin jetzt wieder da... Hä? Help me! Stirb du Scheiße Pflanze! Ha, daneben! So, jetzt können wir nach Hause. Hey, und was ist mit mir? Oh, Entschuldigung, ich mach's schon. Ups, mein Fehler. Was ist denn jetzt los? Das war's. Lüge ist auf! Scheiße, es funktioniert nicht! Verpisst euch! Luigi! Oh nein, das ist unser Ende! Oh nein, noch lange nicht! Nein, Yoshi, du bist doch tot. Nein, Luigi, ich bin sehr lebendig. Mario, ich habe gehört, wie du gesagt hast, ich sei nutzlos. Äh, Yoshi, du weißt doch, dass ich doch nur Spaß gemacht habe, oder? Tut mir leid, Mario, aber so einfach kommst du mir nicht davon. Okay, du Kröte, kämpfe wie ein Mann. Oh, verdammt. Ja, nicht weg, renn, Arschgesicht. Jetzt gibt's Saures. Aua, mein Kopf. Dagegen habe ich ein Mittel. Aua, mein Kopf. Untertitelung des ZDF, 2020